Diener Gottes müssen treu sein, Apostel Paulus ermahnte die Thessalonicher und sagte, denn unsere Ermahnung kam weder aus Irrtum oder Unreinheit, noch war es eine Täuschung. Aber da wir von Gott gebilligt wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, sprechen wir nicht als erfreuliche Menschen, sondern als Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir haben zu keiner Zeit schmeichelhafte Worte benutzt, wie sie wissen, noch einen Umhang für Habsucht, Gott ist Zeuge. Wir haben auch keine Ehre von den Menschen gesucht. Weder von ihnen noch von anderen, als wir als Apostelchriste Forderungen gestellt haben könnten, 1. Thess, 2, 3-6, Lektion, Prediger des Evangeliums sollen nicht die Gefallen der Menschen sein. Sie sollen das vom Heiligen Geist inspirierte Evangelium verkünden und mit ihren Predigten auf die Schrift Bezug nehmen. Gott wird unzufrieden sein, wenn ein Diener versagt. Darüber hinaus dürfen Gottes Diener nicht auf Kosten des wahren Evangeliums irdischen Erfolg anstreben. Sie dürfen nicht egoistisch sein und müssen ihren Glauben während der Verfolgung und Unterdrückung bewahren. Jehova hat seinen Dienern, die bis zum Ende treu bleiben, volle Vorteile vorbehalten. Er wird seine Diener segnen und sie im Himmel mit Ehre schmücken. Gebet, lieber Gott, bitte lass mich ein treuer Diener vor dir sein. Hilf mir zu bleiben, standhaft vor dir immer. Ermächtige mich, unvoreingenommenes Evangelium zu predigen, halte mich ehrlich und lass mich für dein Königreich fruchtbar bleiben. Hilf mir, während der Verfolgung stark zu bleiben und lass mich meinen Glauben bis zum Ende bewahren. Bitte salbe mich mit Öl der Freude, um dein Evangelium weiterhin im ganzen Wort zu verbreiten. Denn im Namen Jesu Christe mache ich meine Bitten. Amen Amen